Hey Leute, hier ist wieder Oliver3911, läuft die Uhr, gut die Uhr läuft und wir können weitermachen. Ja, wie im letzten Part versprochen, haben wir ja den Typen gemeuchelt, sind dann entkommen und sind dann wieder Desmond geworden und haben einiges über Abstergo erfahren. Und ja, nachdem wir jetzt mit diesem Hintergrundwissen gewappnet sind, können wir uns jetzt ohne Probleme hinlegen und schlafen. Übrigens sind wir jetzt in Part 44 oder 45, ach ich weiß es nicht, ist doch egal. Auf jeden Fall Let's Play Assassin's Creed Part 1, äh Nummer 1 und rote Schrift. Ja, der nächste Morgen. Wie viele Tage sind wir jetzt eigentlich schon da? Ach ich weiß es nicht, muss ich mir nochmal angucken. Was? Kein Willig, der uns willkommen heißt? Ey, das ist ja eine Sau, ey. Egal. Mal gucken, wer uns anlabert. Nicht? Oh, wie freundlich der heute wieder ist, ey. Da muss ich ihn glatt nochmal zulabern. Komm her, Junge, ich will mit dir reden. Reden will ich mit dir. Komm, Junge, ich muss mit dir reden. Scheiße, ich kann nicht mit ihm reden. Aber er surft wieder seinen Kaffee. Warum hab ich Kink? Äh, halt nochmal die Tasse, halt nochmal die Tasse, Junge. Ich will die Tasse nochmal sehen. Ach, eben hat er die Tasse tiefer gehalten, da konnte man reingucken. Ach, sei es drum. Seltsamer Kaffee war das auf jeden Fall. War so ein bisschen heller. Ja, also vielleicht trinkt er auch bloß warme Milch. Ist halt so ein Weicher, ey, ne? Mal gucken, vielleicht hat uns Lucy irgendwas zu sagen. Die wollen alle nicht mit mir reden. Oh, ich will doch mit euch kommunizieren, Leute. Ja, ist okay. Ach, wittig, wittig, wittig. So, und jetzt sind wir, glaube ich, im letzten Abschnitt des Spiels. Das heißt, noch zwei Kills und dann sind wir im Final-Modus, sozusagen. So, hier sieht man die Gedächtnisabschnitte, die sind alle fertig. Und, ja. Fehlt noch, äh, ein Gedächtnisabschnitt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir jetzt in diesem hier. Und danach sind wir eigentlich schon praktisch durch. Also, es kommt nicht mehr so viel. Was? Ich hab keinen Zugriff. Ach, ich mach jetzt einfach auf Fortsetzen. Äh, das ist mir alles zu doof. Das ist mir alles viel zu doof. Ja, macht ihr das eigentlich auch im Ladescreen von Assassin's Creed? Immer hier so ein bisschen rumlaufen? Ich find das ja eine ganz geile Idee. Dadurch wird der Ladescreen nicht ganz langweilig. Das hatten sie auch bei, beispielsweise hier bei Sean White Snowboarding. Hatten sie auch, da hatten sie so eine Übungsstrecke, sozusagen. Da konnte man so ein bisschen üben. Aber... Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Maschdadin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich düngt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen. Damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Eden-Splitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt. Hat Dauben in Schlangen verwandelt. Das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen. Um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir wüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sarre darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eure Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akon, bekannt als Siebrat. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sarre nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, was hier kommt. Der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kronfeld. Cool. Hier. Mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Ein neues Schwert. Ein neues Schwert. Ein neues Schwert. Ich bekomme ein neues Schwert. Ich, ich, ich bekomme ein neues Schwert. Ich habe ein neues Schwert. Und eine DNA-Synchronisation. Ist das nicht toll? Es ist so toll. Ich bin der Held. Ich bin so cool. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Und wir können jetzt Verteidigungen durchbrechen. Ja, das ist toll. Da freue ich mich drauf. Und wir werden jetzt Verteidigungen durchbrechen. Ja. Und wir können im Hof trainieren. Und ich glaube, das werde ich auch mal trainieren. Weil das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man trainieren kann, sollte. Und vielleicht auch muss. Weil die habe ich so selten benutzt. Aber ich habe mein Mikro wieder angemacht, ja? Könnt ihr mal gucken, ob mein Mikro an ist? Weil ich bin gerade so faul. Ich, ich, ich trainiere gleich mal. Alter, ihr. Mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr... Mögt ich das wirklich? Okay, mal gucken. Was kann man so? Äh, Kampf trainieren. Combo-Kill-Con. Das können wir schon alles. Das können wir schon alles. Griffbrecher können wir. Ausweichen können wir. Verteidigungsbrecher. Klingt gut nochmal. Gucken, was das ist. Okay, X direkt nach einem Schritt, um eine Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. Hä? Hä, ich raff's nicht. Äh, ich raff's nicht. Um Verteidigung des Gegners zu durchbrechen, drücken Sie X nach einem Schritt. Hä? Hä? Was muss ich hier machen? Oder muss ich warten, dass der Gegner tritt? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Was muss ich machen? Hä? Was ist das für eine Scheiß-Mission? Ach, Moment. Schritt und dann... Ah! Ich glaube, jetzt habe ich es begrafft. Ah, okay. Also wir müssen A drücken und dann... Wups! Ne. Ah, und dann... Wups! Ah, okay. Gut. Hammer wieder, was ihr lernt. Ah, wir lernen immer mehr dazu, ne? Wir werden... Wir werden die übelsten Lerner hier. Die übelsten Schleimer und so werden wir jetzt hier. Gut. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wir müssen nach Akon und nach Damaskus. Nach Akon, das ist, ähm... Der Führer des Deutschen Ordens. Das weiß ich noch. Daher nehmen wir uns den als letztes, ähm, vor und gehen nach Damaskus. Weil den finde ich gut, den, ähm... Das ist schon eine Einspielung an sich, ne? Den Führer des Deutschen Ordens. Aber gut, darauf will ich jetzt nicht mehr eingehen, weil ich glaube, ich bringe das sowieso schon wieder durcheinander. Und deswegen warten wir dann da drauf. Auf jeden Fall war das so ein, so ein, so ein Typ, der nicht an Gott glaubte. Also praktisch gesehen ist er mir schon wieder zu sympathisch. Ich kann ihn deswegen nicht töten. Weil ich bin ja selber Atheist. Aber gut, sei's drum. Wir gehen jetzt nach Damaskus. Beziehungsweise wir werden dahin reiten. Und dann werden wir mit dem Bürgerleiter dort sprechen und dann ist gut. Weil ich hab dann auch selber erstmal nicht mehr Lust für heute. Und, äh, es nervt mich wirklich, dass man auf der Konsolenversion nicht direkt, äh, am Tor auswählen kann, wo man hin will. Das wäre nämlich echt geil und praktisch und bla. Ja. Aber so langsam entwickelt sich auch die Story zu Ende. Also man merkt allmählich, dass die Story demnächst zu Ende ist von Assassin's Creed. Und viel kommt auch nicht mehr. Wie gesagt, die beiden Kills noch. Und dann geht im Prinzip wirklich richtig das Ende der Story los. Und, ja. Wie gesagt, das Ende, das ist wirklich gut gemacht. Aber, also entweder die meisten von euch kennt's schon. Oder kennt's noch nicht. Mehr Möglichkeiten gibt's eigentlich nicht. Aber ich werd auf jeden Fall nicht spoilern und, äh, ja. Wenn ich einen Spoiler-Kommentar von euch entdecke, dann wird der gelöscht. Aber ich hoffe doch mal, dass ihr nicht spoilern werdet. Übrigens hoffe ich, dass ihr die letzten Videos immer schön bewertet habt. Und auch immer schön Kommentare hinterlassen habt. Weil ich hab vergessen, das zu sagen, dass ihr das machen sollt. Daher mach ich das jetzt wieder. Immer schön bewerten und einen Kommentar schreiben. Und dann ist super. Dann ist wieder alles toll. Und, wie viel Zeit haben wir noch? Fünf Minuten noch? Da ist noch ein bisschen, da ist noch Luft. Da ist noch Luft nach oben. Und ich hab gesagt, ich will nach Damaskus. Wir waren ja auch jetzt schon in Arkon. Daher ist jetzt ein bisschen Abwechslung wieder ein bisschen schön. Und jetzt haben wir wieder Ladoscreen. Und hatte ich eigentlich schon alle Türme und sowas im, im, im Königreich gesammelt? Und, das weiß ich nämlich nicht mehr. Ah, da können wir im DMA-Log nachgucken. Da steht nämlich, glaub ich, im DMA-Log drinne. Und wenn nicht, dann nicht. Dann muss ich nachgucken. Dann muss ich echt nachher gleich nochmal nachgucken. Weil die würde ich auch schon gerne haben wollen. Noch da alle Türme. Ach, jetzt ist es ja wieder diese Mission, wo wir so über jetzt irgendwann es, ähm, quatschen können. Und das ist was anderes. Zusätzliche Erinnerungen ist es, glaub ich. So, äh, Erinnerungs, äh, Erinnerungsaussichten. Achso, okay, wir haben erst 83% erklommen. Alle Templer töten. Gut, Templer fehlen uns noch ein bisschen. Assassinenflaggen haben wir auch noch nicht alle. Hospitaliterflaggen haben wir nicht alle. Oh Gott, oh Gott. Sind das viele Flaggen, ey. Hier, deutsche Ordenflaggen. Die werden uns dann dem nächsten Arkon begegnen. Bin ich Richardflaggen? Aha. Jerusalemkreuz. Das heißt, ich muss demnächst nochmal irgendwann ins, ins Königreich, um da dann noch die letzten Türme zu sammeln. Jetzt habe ich, jetzt will ich nochmal gucken, wie viele das eigentlich noch sind. Dann mache ich das vielleicht in einem der späteren Parts nochmal. Also, zwei, zwei fehlen noch, okay. Dann mache ich das vielleicht in einem der späteren Parts. Vielleicht dann, wenn wir mit der Mission fettig sind, dann werden wir danach nochmal ins Königreich reiten. Dann ist gut. Und jetzt kommt wieder diese Irmlandesmusik. Ich mache mal ein bisschen lauter. Lauf, du dummer Assassiner. Ich finde die Musik schön. Ich finde die schön. Ach, ist die schön. So, machen wir wieder ein bisschen leiser. Das ist ja das Schöne, wenn ich von der Konsole aufnehme. Ich kann den Ton von der Konsole direkt einstellen. Bei meiner TV-Karte. Das ist richtig schön. Da habe ich auch eine schicke Fernbedienung für. Die macht das dann halt per Fernbedienung, wie man das halt so kennt. Und das ist ganz praktisch. Aber auch das ist wieder eine Sache, die euch eigentlich sowieso nicht interessiert. Und selbst wenn doch, dann ist mir das relativ egal. Das Schöne ist auch, man sieht es nicht, wenn ich die Lautstärke hoch und runter drehe. Und das ist auch sehr schön. Kann man live im Video abmixen und muss das nicht nachträglich machen. Das ist schön. Das ist schön. Kann man beim PC leider nicht. Also, doch, man könnte es strenger drum, wenn ich es von dem PC aufnehme, auch machen. Aber es wäre ein bisschen komplizierter. Da kann ich nicht einfach die Fernbedienung in die Hand nehmen und das dann machen. Und deswegen ist das so ein bisschen komplexer. So. Und hier haben wir jetzt das Bürgerviertel nur noch übrig. Das ist schön. Und wir werden jetzt erstmal zum Büro gehen. Und das einfach ganz schnell. Wo war denn hier nochmal das Büro? Das ist ja so weit. Das ist ja so weit. Und dass die hier alle Krüge auf den Töppen tragen. OMG. Mein Deutsch ist ja so richtig geil heute. Mal wieder. Hier sind noch ein paar Mönche. Weiß der Teufel, was die hier rumrennen. Aber gut, sei es mir. Und die Wachen, die sind auch nicht wirklich sonderlich aktiver geworden. Die sagen ja immer nach jeder Killmission, die Wachen werden aggressiver. Sie werden die schneller entdecken. Aber in Wirklichkeit tun sie es nicht. Sie tun es nicht. Höchstens in den Killmissionen dann, glaube ich. Aber gut, da sind die allgemein recht aggressiv, die Wachen. Also sei es drum. Also wenn man hier so allgemein durch Damaskus durchrennt, dann... Damaskus. Wir sind Damaskus, ne? Äh, sei es drum. Äh, okay, das war jetzt auch ein Fail. Wie er da da steht und einfach mal so guckt, ne? Äh, leck, leck, äh, lol. Ach man, jetzt... Ach, da ist man gerade hochgekommen und dann lässt man sich wieder fallen. Sei es drum. Ist egal. Ich will jetzt in diesem Part aber noch die Sequenz schaffen. Komm. Mach hinne. Mach hinne. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch, weil ich kann es. Und darum ist das schön. Ja. Oh, jetzt ist hier wieder so ein Scheiß. Oh, das geht mir auf den Sack. Oh, warum machen die das da hin? Warum machen die das da hin? Ey, das ist doch echt die... Och. Alter, es geht nur auf den Sack. Ich will da hoch. Ich hab keine Zeit. Ich will... Ich würde ein Part überziehen müssen. Naja, sei es drum. Ist ja Standard auf YouTube, dass man ein Part überzieht, ne? So, und wo ist jetzt... Da ist es, okay. Büro des Verbindungsmannes. Naja, gut, fast skillig. Fast skillig, okay. Wer war hier nochmal? War hier der Dings oder... Ich weiß es nicht. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Juba'ir zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachtturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Oh, okay. Warum kann ich den eigentlich anvisieren? Verstehe ich nicht. Na gut, dann wäre das an dieser Stelle beendet. Und ja, ich werde noch schnell zum nächsten Save-Point gehen. Weil das Spiel sollte jetzt ja jeden Augenblick speichern. Und dann ist gut. Dann, ja, da wird das Spiel gespeichert. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin euer 300 Science und bewerten Sie und hauen Sie hinein. Tschüss! Ich bin euer 300 Science und bewerten Sie.